Hi, ich zeige dir, wie du Someone You Loved von Luis Capaldi spielen kannst. Und zwar hier mit diesen schönen, aufgesplitteten Akkorden. Und wie du das dann mit dem passenden Fingersatz. Und allen Raffinessen, wo er mal hoch geht und runter geht. Und Bridges noch ein bisschen anders. Und wie du einfach den kompletten Song genauso wie im Original spielen kannst. Bis dann.